Es bleibt sogar in Europa, sobald wir schweißen. Zum Anfangspunkt, wir haben eine Performance von Christoph und sein Schwein. So, bitte auf der Bühne. Christoph und sein Schwein. Schwein gehabt. Hallo, das ist meine Sau, meine Mutter, Sau Anna. Und ich will mit euch zusammen eine Ode an die Muttersau machen. Und eine Ode ist eine Würdigung. Und ihr seid das Volk und ich bin der Schweinepriester. Und dem Schwein werden ziemlich viele böse Sachen nachgesagt. Aber das, was wir anderen Böses tun, fällt oft auf uns selber zurück. Und es geht so. Du, du arme Sau, du. Du, du arme Sau, du. I, die arme Sau, I. I, die arme Sau, I. Du, du rosa Sau, du. Du, du rosa Sau, du. I, die rosa Sau, I. I, die rosa Sau, I. Du, du dreckige Sau, du! I, die dreckige Sau, I! Du, du doofe Sau, du! I, die doofe Sau, I! Du, du blöde Sau, du! I, die blöde Sau, I! I, die blöde Sau, I! Du, du wilde Sau, du! Du, du blöde Sau, du! I, die wilde Sau, I! I, die blöde Sau, I! Und da gibt's doch viele, viele andere Eigenschaften. Beglücke uns, du Glücksschwein! Du, du Glücksschwein, du! Du, du Glücksschwein, du! I, die Glücksschwein, I! I, die Glücksschwein, I! Beglücke uns, du Glücksschwein, du! Du, deiner, dich, dir! Wir lieben dir! Du, du Sau, du! Du, du Sau, du! Dankeschön! Dankeschön!